ja moin ja moin wir sind hier ich habe gestern mal paar sachen auf screen gemacht damit ich die pvp sachen machen kann und das erste was wir machen ist erstmal hier zurückgehen jetzt fragt euch warum ich habe die andere auch nicht nein ich habe jetzt die pvp sachen gemacht und ja das waren nur drei simple kämpfe alle drei verloren weil ich so krass bin die zwei kämpfe waren aber ungefähr von den drei weil man nicht 1 gegen 1 gekämpft und die alle gehielt haben die ganze zeit war unschön machen erst mal ein 1 gegen 1 kampf der andere guckt nur zu und auch sie vermerkt auf einmal dass sie verlieren greifen direkt ein war unschön aber hey gehört auch zum spiel hallo pflanzen hoffentlich geht das jetzt hoffentlich kann ich jetzt mit ihm reden dreimal habe ich jetzt invadet und du bist sehr blutig wie ich gerade sehe oh labkin so pleased you're here i'm glad that you're enjoying my gift i knew it from the very start you have a taste for noble blood i wish to anoint you a proper inductee a night to serve luminary mode the lord of blood and establish a new dynasty luminary mode has strength vision and of course love so what do you say my lamkin naja seit mich grund des fürsten des blutes okay und ich weiß auch schon wo wir eins finden jetzt frage ich mich aber nur wo das war ich habe schon vergessen wo es war ist auch wumpe dann gehen wir hier und lassen uns dahin teleportieren weil falls euch noch an das tutorial gebiet erinnert da kamen der ganze haben nach anfang zum anfang zurück und ja dahin wollen wir es auch gehen ich weiß ob das dieser ort war ich teste mal ich hoffe es war der perfekt ach hier war sachen hier gibt es auch keine gnade weil es so blöd ist ja ja ich erinnere mich so habe ich einen ruhigen bogen bogen drin ich weiß es nicht ist ja auch egal so jetzt laufen wir hier ganz am anfang zurück wo wir als erstes gespawnt sind sind schon fast da zack dann zu ihr gunst des fürsten des blutes ja die ist ja leider schon tot und hier steht er mag auch der fahrt zerschmettern und unsicher sein besteigt den vor und also das ist was anderes ok gut dann wieder zurück zu wahl so let's go wieder zu war aber jetzt das mit blut getränkt haben da schneller schneller wir sind fast da geht geht und da bisher schon sieht so ah my lambkin you've completed your final trial and with this you are a formal inductee a knight who will assist luminary moog the lord of blood in the establishment of a new dynasty now give me your finger this noble blood will be an immutable badge of honor once it settles inside of you good okay good good heavens clinch your teeth or something null brutiger finger medallion des rheinblutritters a medal granted by the new moguin dynasty with the power to grant audience with luminary moog i've gone out of my way to provide one to you but you mustn't use it just yet the meeting must wait until the moguin dynasty commences luminary moog yet slumbers beside the divinity we must endure a little longer ah it is trying but we must be patient one day you will be elevated deservedly you tja weißt du was wir benutzen es jetzt schon wo ist das da Yes Ha 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 Jetzt sind wir endlich dort Mogwim Palast So wo sind wir Oh bisschen östlich von Siofra Okay I see Okay Ich hätte gerne Gnade Oh was hier Mausoleum der Mogwim Dynastie Okay Karte Mogwim Palast So So groß ist es auch nicht Und ich schätze mal hier Ist Mogwim Ich hab jetzt aber 50k Die würde ich ungern verlieren Wenn ich jetzt gegen die Fighten wollen würde Aber hey guck mal Gnade gefunden Und wohin führt mich der Weg Direkt eigentlich zum Mogwim Selbst ne Ich guck mal mich kurz um Oh hallo Freunde Bluthunger What the fuck Material hineinsammeln So Was ist das denn für ne Scheiße Ich will eigentlich durchrushen Aber die lassen mich Nicht dazu Null Blutverlust Nice Wir wollen mal ein bisschen auf Ne Nice Zack Bam Oder was getroppt Ich sehe ich schon kommen Ne Mogwin wird kein lustiger Boss Wenn ich schon so viel Blutungsschaden sehe Pils Pils Nice Ich heil mich mal Sicherheitshalber Alter Was ist denn hier los Lull Alter What the fuck So Bam 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 Ja ja So So Ja Alter Was ist das hier So viele von den Gegnern Ne Ich will einfach nur ein bisschen Platz schaffen Damit ich weiterkommen kann Numenruhne Okay Und ich brauche noch so viel für ein Level ab Ich halte mich mal so Aber weißt du was fuckert Ich gehe jetzt einfach durch Und schaue mich um Aber hier sind so viele Ne What the fuck What bist du Alter Nice Bloody Ich müsste aufpassen Damit ich nicht selber einen Blutungsschaden kassiere Nice Und tot Oh nein Nicht ganz jetzt Oh nein Nicht Okay Okay Nice Ich glaube ich sollte Doch lieber mehr Tränke nehmen Also mehr Heilungstränke nehmen Alter Was ist denn hier los Es ist gerade echt insane hier Ich muss auch noch irgendwann da runter Weil ich schätze mal Das Mausoleum dort ist definitiv ein Bossbereich Steinschwertschlüssel Okay Oder Die chillen hier alle Ich schätze mal Hier ist Mog Vielleicht sollten wir die andere Seite erstmal überprüfen Bevor ich hier reingehe Oh Kann man hier hinter? Ne Zack Was steht denn hier Hier sind sehr viele Blutflecken Verrat voraus Keine verborgenen Fahrt voraus Verborgenen Na ja Dann eben nicht Wieso kann man aber hier hin Hier ist überall Blut Wer ist denn hier gestorben alles? Oh hier ist ein Händler Wer bist du alter? Oh Blutungsschaden Nice Genau was ich wollte Du bist aber trotzdem tot Blutrose Okay Oh hier ist was goldenes Ja Erstens rechts Herr Oh Herr Und Ah Herr Fürstenruhne Okay Erstens rechts Und da ist jemand Gestorben Und da war Äh Ich will eigentlich gar nicht hier hin Wow Da sind einige Da sind einige Oh Wow Okay Na Einmal nah genug ran Nice Und nah genug ran Um mehr Leute zu treffen Jawohl Das geht jetzt auch so Heide So Junge Wie viele sind hier What the fuck Ja 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 Erstmal heide Hier sind ja mega viele So Erstmal aufgeräumt What the fuck Ich glaube ich iniziere gleich mein Level Aber wir haben Ziemlich Ups Ziemlich viele Ja ja 100 pro kriegen mein Level So Große Geisteteil Nice Was steht hier Und Was für Hund Alter Äh Vielleicht sollten wir noch gar nicht hier Hin Das ist jetzt eine gute Frage Scheiße Ich hätte jetzt schon gerne What the fuck Mal zurück heilen Sternen will ich jetzt hier nicht Bam 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 Ist tot Gut Die geben ordentlich Erfahrung Vorsicht von hinten Ja haben wir ja gerade geklärt Ich würde gerne erstmal zum Händler Wenn ich den Händler habe Gehe ich in die andere Richtung Kipp nicht auf Kipp nicht auf Was Okay hier geht es gar nicht hoch What Hä Man kommt hier hin aber Kommt nicht all zu weit Hä Okay Irgendwo muss ja der Händler sein Hallo Insane Schnell 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 zurück 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 Heilen Hey hey bloody Bamba Nice No what Der Input Buffer Scheiße 80k Die hole ich mir sofort Die hole ich mir sofort Die 80k Die kann aber Mich parry Das ist nicht schön Scheiße Inventar Hohenbogen Aktivieren Ich bin Ich bin Drei Das ist shel Hohenbogen Und Ich bin Drei 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 Okay. Okay. So, jetzt kann ich auch reden. Hier ist der Händler also. Okay, gut, dass ich ihn jetzt hier gefunden habe. Okay, Runenbohnen kann man hier kaufen. Ja, ja. Was ist das? Lindert Drohne, Blutverlust. Okay, gut. Wir kaufen aber erstmal nix. Äh. What? Noch eine? Bam. 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 Okay, mit der Waffe geht es viel einfacher hier. Ich will aber unbedingt meine Sachen wieder zurück. Da sind die sogar. Einfach schnell durch sprinten. Nice. Und dann hier, von hinten greift jetzt wieder an. Bam. 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 So, wir können gleich ein Level Up initiieren. Lympha. Da. Okay, aber wohin geht es hier lang? Das ist meine Frage. Da geht es raus. Oder komme ich da zurück? Ich habe keine Ahnung. Gnade voraus? Ich hoffe es doch. Wertvolles Objekt und dann Vorsicht vor Gruppe. Ja, da waren wir ja schon. So, wir sind jetzt auf der anderen Seite. Okay. Und hier ist was Blutiges. Oh, in die Welt des weißgesichtigen Vares eindringen. Merken wir uns. Merken wir uns. Und wir sind dann gleich wahrscheinlich beim Boss. Aber den Boss wollen wir noch nicht machen. So, zack, weg. Ich will meine Samurai Schwerter wieder haben. Wie lange brauche ich noch für die hier? Ich brauche sehr viel Glaube. Ich brauche einfach sehr viel Glaube dafür. Ich überlege jetzt auch, ob ich Glaube gehe. Oder erst mal wieder Vitalität. Weil da bin ich noch mir uneinig. Wo sind denn die Katanas? Da. Weil, wenn ich jetzt auch mal nach Zaubern gucke. Zauber. Wir haben ja viel, viel mehr hier. Und wir könnten einiges machen. Rasenexplosion. Oh ne. Ähm. Das ist eigentlich cool. Aber dafür brauchen wir mega viel Glaube. Alles sind Glaubensskills. Und was war für Arcana nochmal? Arcana ist immer so eine Mischung aus den paar Sachen. Ja. Hm. Ich würde gerne, nicht unsichtbar kriegen. Ich würde aber gerne so Buffs haben. Äh. Waffe vergift. Eigentlich ist das sogar ziemlich gut. Aber. Ja. Ja. Das ist das Ding. Ja. Wir machen mal das einfach. Aus Jux und Dollerei. Da habe ich sowieso nicht einsetzen können. Das können wir ja auch noch nicht einsetzen. Lymphar. Ja. Ja. Wir machen es erstmal so. Und dann. Ähm. erstmal hier. Die hier nehme. Ich nehme erstmal die kleinen. Und dann töten wir Ware gleich. So. Äh. Nochmal. Zack. Das reicht noch nicht ne. Ich guck mal. Stufenaufstieg. Ne. 5400 brauchen wir noch. 5400. Let's go. 3.000 noch. 5400 noch. Bei dem nächsten haben wir es dann easy. Bam. Jawoll. So. So. Und dann. Stufenaufstieg. Hm. Ich glaube. Ein bisschen auf Glaube gehen wir halt echt nicht schlecht ne. Wir machen mal jetzt ein bisschen Glaube. Zack. Und dann. Warte. 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 Da wir sowieso entwählen. Flaschen. Machen wir es auf 14. So. Und dann. Let's go. Na Var. Wir entwählen dich jetzt. Ja. Weißgesichtiger Var. Wo bist du? Hä? Da ist er. Tja. Hättest nicht gedacht dass ich dich hinwälde ne. Komm zu mir. Na komm zu mir. Na komm zu mir. Na komm zu mir. Hey. Ne 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 ne. Weißt du was. Ich warte hier so lange auf dich. Ich warte einfach auf dich. Ich warte einfach auf dich. Ja. Willst du denn kommen oder nicht ne. Hä? Immer noch dort. Jetzt geht es mir auf den Sack langsam. Hey. Loll. Der ist stark. Der ist stark. Heilen. Oh der heilt sich auch. Let's go. Nein. Ich will sein Skill auch haben. Blutungseffekt. Bamba. Nein. Jawoll. Hey. Nicht hier so oft heilen. Bamba. Wie. warm, warm. Runenbogen. GumpfingerCRIPileniczin. Ihr kaputt Design zur Welt zurück. Er wurde besiegt. Aber er ist nicht tot stand da. Das stand einfach nur. Wir wurden. Wir haben ihn besiegt. Da ist er. Habt ihn beinahe übersehen. Oh, Luminari Moog. Bitte, Grant, die Kraft, die du gegründet hast. Ich habe alles gegeben. Bitte, mein Herr. Bitte, antwarte mir, Luminari Moog. Beste Moogwen-Dinastie mit Liebe. Ja, du bist ja ja tot, nicht wahr? Blutige Eiterfinger und Varys Blumenstrauß. Blumenstrauß? Das war die Waffe, die er vorhin benutzt hat, ne? Also erstmal muss ich auch meine Schilde mal anschauen, weil ich habe interessante Schilde hier. Löst Vergiftung aus, okay. So, Blumenstrauß, wo bist du? Da. Er braucht sehr viel Arcana-Energie. Okay, Arcana, da gehen wir definitiv. Okay? Okay. Hatte jetzt keine besonderen Stats, um mich zu sein. Was steht hier? Vision, äh, hier von Bootverlust. What? Ich schätze, hier ist gleich ein Bossfight. Und da ist ein großer Gegner. Ja. Und hier ist ein Aufzug. Ne, okay, hier ist gleich der Boss. Ich guck mal, wie stark die hier sind. Oh, okay. Okay. What the fuck war das? Ich will erstmal zur Kiste. Und zweitens. Let's go. Ich brauche sehr viel AOE Mit sehr viel AOE verstehe ich immer Das hier Fucking hell, Alter Ruhnbogen nochmal verwenden Assi So Alter, what the fuck, Alter Da ist nur so ein Schild, okay, ich dachte schon Bam Jawohl Junge, heile Junge, der Sternschaden ist ja insane, what the fuck Oh, oh, man kriegt Junge, warte, warte, warte Heile Äh, ja, 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 ja Die Junge Zack Oh, cool das Skill Alter Die machen aber ordentlich Schaden Alter, what the fuck So, die geben aber 2000 Und jetzt rollt der wieder auf mich zu Oder auch nicht Stirb Stirb Aber 30k Aber bis jetzt hatten wir keine Mimic Ah, wie ein Traum Hinten Was Und es ist Oh, alter Drachendunkelschmiede Stein Nice Dann kann ich meine Waffe auf Max Level Ballern Sehr schön Okay, aber hier gehen wir noch nicht weiter Erstmal hier nachgucken Das, guck mal, da hab ich direkt ein Item gesehen Goldene Rune 13 Sehr schön Sehr schön Genau hier wollte ich Der eine Typ sei gestorben Schätze ich mal Goldene Saat Ja, nice Zack Was bist du denn Ohlala, ist jemand gestorben War ich sogar hier? Ich weiß es gerade nicht Ich weiß nur Oh mein Gott Ach stimmt, wir waren hier Ich dachte, ich wäre jetzt runtergefallen Wir gehen nochmal hier hin Und gehen auf die andere Seite Weil Was ich mitbekommen habe Ist Dass dieser Ort Die reinste Und beste Ähm Runefarmstelle ist Überhaupt So Ich guck mal Inwiefern das stimmt Wir haben nur drei Pfeile, Lul So Dann gucken wir mal Wenn wir hier lang gehen Nice Fat roll Immer noch fat roll Okay Ups Zack Warte Wo lang gehen wir jetzt Als erstes Kam mich sogar von hier Ich muss mich orientieren Erstmal Ist ein bisschen schwer Sich zu orientieren Manchmal, ne Ne, ne Hier waren wir nicht Oder was Hätte ich nur dieses Kampf Zur Pferde Okay Okay Da ist ein Gegner Deswegen habe ich zum Glück Diese Waffe genommen What Was ist denn da Oh Leute Hä What Okay Ich war gerade verwirrt Ich war erstens einhändisch Und zweitster Was gerade gespawnt Was mich hart Verwirrt hat Oh mein Gott 12.000 What Die gehen mir mega viel Ich dachte schon, dass du in der Hand Aber das ist nur ein Baum War gerade verwirrt Okay Und du jetzt auch noch Nein, nein Heil Stirb Ihr gebt mega viel Bitte nochmal Hä, wieso gibt ihr so wenig diesmal Okay Goldene Rune 12 Alter Gleich Level Up initiieren Warum spawnen die die ganze Zeit Nein Oh Leute Nein Heil Schaden machen die auch Wenn die so Ungefährlich aussehen Genau wie diese Pilze von Dark Souls 1 Wenn man den Baum runterklettert Man ist hier unten schon Und da ist jemand Goldene Rune Ist aber schön Dass hier irgendwo noch eine Gnade Aber andere Gnade war Ach nee Das ist der Zack Zack Okay Die Kombos gut Ich muss aufpassen Hier unten war ja Fettes Vieh Oh, hallo Freunde Wow, wow, wow Heilen, heilen, heilen Bamm, tot Sehr schön Upsa Sehr schön Die gehen mir mega viel XP Look Nicht mit mir Ich muss halt echt aufpassen Die sind strong Sehr schön So Ich hätte das schwören können Hier war irgendwo so eine Farm Strategie Oh, da geht es auch lang So, let's go Zack Und zack Jawohl Fliegenschwarm Bamm, uiuiui Was man nicht alles kriegt hier Warte, warte, stand da Erst mal gucken, ob es hier Eine unsichtbare Wand gibt Nö Dann Ich muss aufpassen Weil hier war irgendwas fettes Oder Vielleicht war es auch nicht hier Bamm Bamm Da ist etwas Hellenruhne 4 What Jungen Schmeckt So, da ist noch Da ist auch noch was Hier gibt es so viel Und das hat man nur durch eine Quest bekommen Das ist insane Das Spiel Oh, los Jo, nice, nice, nice Heilen, heilen Heilen, nochmal So, warte, kommt alle hier hin, bitte Bam Sehr schön Nice, heilen Ich habe gleich wieder ein Level up, ne Das ist so krass Das ist so krass hier Bam Oder Nein Nice Stay sold Stirb Stirb Junge, wie viel ist hier What the fuck Aber was ich sagen wollte Was ich sagen wollte war Hier gibt es so viel Und das nur durch eine Quest Holy shit So, wohin wollte ich jetzt lang Ich muss nicht aufpassen Irgendwo war was großes noch Aber ich weiß nicht mehr genau wo das war Aber ich weiß nicht mehr genau wo das war Hier geht es hoch Und das will ich zerstören Nein Aus Versehen getroffen Schneid, schneid, schneid Nein Wo ist er, wo ist er, wo ist er Da Okay, hat noch funktioniert Dunkelschmidstein, sehr schön Oh, hallo Du auch noch Und stirb Ich habe gleich ein Level up Vielleicht mache ich doch den Boss gleich Was ist das da Der, der riesige Pylone Oh, hier ist noch was Heldenruhne Boah, wie viel man hier kriegt I love it I don't believe it Und hier auch noch was So Gucken einmal, ob hier was ist Vielleicht laufe ich überhaupt in die richtige Richtung Ich weiß nicht Wir tun es einfach mal Wir laufen jetzt Oh Hier war der Hier ist das große Vieh Wer sich nicht verhindert Ja, ich werde invaded Weiße Maske Da Der kleine Splasher So, ich muss aufpassen Weil da ist ein Gegner Heilen Bam Bam Okay Tot Eindringende Gebilde siegt Sehr schön Aber da ist der Boy Ist das nicht sogar praktisch Wenn ich hier wäre Weil ich will den echt nicht Feitern Weil ich habe keine Ahnung Wie stark der ist Und nicht nur er Was ist das denn hier alles Willst du hier nachschauen Köter Sehr schön Na Wow, die machen schaden Wurde ich wieder invaded? Nein Ich hatte keine Mana Ich Idiot Nein Junge Mann Sind die behindert Ich hasse diese Verfickten Hunde Du kannst ja nichts machen Ich habe jetzt 104k Alter Ich sprint da jetzt durch Okay Samurai Schwert Wieder ink Alter Da sind die scheiße Ich hasse es So Zack Die sind so schnell Machen so viel Schaden Boah Und jetzt Muss ich den ganzen Weg dahin Oder kann ich von hier aus Einfacher Mal gucken Wie schnell ich da hinkern Obwohl Ne Da muss ich hier durch Ups Boah Ich hasse diese scheiß Köter Boah Gehen die mir auf den Sack So Und einmal hier schnell durchreiten Ich mache es mal schnell Und hole mir die sofort Ich verzichte auf die Gegner hier Jaja Was auch die sein sollen Weiß ich bis heute nicht Oh hier ist ein Item Brunenburgen Nein Das kann ich gleich benutzen Und Tschüss In die Richtung In die Richtung Tollu Hallo Freunde Tschüss Freunde Hoffentlich sind die nicht schneller Als ich What the fuck Schießt er gerade What the hell Hier geht es auch hoch Tschüss Ich will Links erstmal lang Alter So viele Gegner hier Kann man so richtig gut Leveln Oh Merke ich mir So genau In die Richtung Sehr schön So jawohl Einer tot Jawohl Gib mir nicht auf den Sack Bitte ja Ich will euch aber nur Tot sehen Okay Okay und dann das hier Na Jawohl Adamblatt Für das hat sich das ja richtig hart gelohnt Runenburgen Zack Von den gibt es ja mehrere Okay Ich walte den mal Na Nö Da ist tot Wollte ich nicht sagen Wo soll ich denn reposten Oder Ne Oh 11.000 Nice Die geben auch ordentlich Ähm Da Halig Drachen Talisman Let's go Oh Da ist jemand gestorben Weil er Frucht hat Da durchzuspringen Okay Machen wir nicht Was Oh hallo Nice Bloody Bam Bam Nein Junge Chill Oh Ich hab mich jetzt doppelt geheilt Nice Heile Nein Bleib hier Heile Nein Das hat nicht gereicht What the fuck Nein Oh Gott sei lange alter Ich war gerade hart konzentriert Der war ein bisschen schwerer als er war Steinschmetschlüssel Okay Nice Wir kriegen ja ordentlich Ich muss aufpassen Die sind echt stark die Gegner Oh was ist das Ich will nicht herausfinden was das ist Was die ganze zeit aus dem boden guckt Sehr schön Oh da ist eine goldene saat Ich steige durch Wieso steigt der ab Weil ich nochmal ihn wäldet Bitte nicht alter Schon wieder Alter was haben die denn für Probleme Ich wollte hier immer eine goldene saat abholen Oh lau Oh lau Na Nein Nicht mit mir Meine Güte Geh mir nicht auf den Stick Scheiß Hund So Ich kann keine goldene saaten mehr kriegen What the fuck Oder habe ich die max anzahl an goldene saaten erreicht Ich habe keine ahnung Glückseligkeit Okay Da ist der große Vor dem muss ich aufpassen Zack Gut Rose Schon wieder invaded Junge Ich werde wieder invaded Das ist Schon insane Junge Dann komm her Junge Die haben auch keine Hobbys Oh schön Oh Hi Na ja So Geh mir nicht auf den Sack Weiß weiße Maske Ich hoffe das reicht jetzt Namenloser weiße Maske Ist tot Diesmal ist er tot Nicht besiegt Sondern er ist tot Ich hoffe das bleibt auch dabei Du hast mich gesehen Nicht wahr Ich wusste jetzt nicht was ich machen sollte Weil der war zwar Staggert Aber ja So Okay Und dann hier Vollendes Fett Ist für mich in Ordnung Alter ich bin gerade Ich weiß auch nicht Ich kann gerade schlecht reden Ich bin hart konzentriert Weil ich habe Angst Dass irgendetwas passiert Handbuch des normalischen Kriegers Sehr schön Aber ich frage mich Äh Einen Moment Ich gucke mal gleich Ob ich wieder Invaled werde Man weiß ja nie Aber wo genau War denn Ich muss ja kurz nachgucken Die Stelle Ich will mir nur die Stelle merken So Dann gucken wir mal Wie sagt man hier erstmal lang Zack Was ist hier Ist das ein objekt wird Hier ist nichts Ist das kunst oder darf das weg So Da ist noch einer Und haben wir eigentlich die goldene Saat schon auf Ich weiß gar nicht ob das die gleiche ist von vorhin So Ja Da liegt etwas Und wir müssen den fighten Let's go Da liegt Seine Items Was will ich haben So Heile Stirb bitte Nein Ich sehe nichts mehr Oh oh Wo bin ich Stirb Ich war gerade hart verwirrt Holy shit Holy shit Holy shit Das war vielleicht ein bisschen zu knapp Das war vielleicht ein bisschen zu knapp Schmiede Stein Nice Okay Dann gehen wir hier lang Wir hoffen wir an euch gekonnt vorbei Und wo kamen wir denn nochmal hoch Oh scheiße Vor dem muss ich aufpassen So Sehr schön Konnte ich sogar noch dodgen Und stirb Gut Nochmal ordentlich Was dazu bekommen Und was kriege ich hier Goldene Rune Ne Schmiedstein 6 Aber das ist echt eine gute Guter Farmer Ich habe mich jetzt Zuhause mal wiederholt Aber ich mag diesen Ort Weil es sehr viel gibt Uiuiui Das hat weh Uiuiui Heile Nein Nice So Ich komme vielleicht sogar Zwei Level ab Mit Vielleicht Ich meine ich es definitiv Oh hallo Das tat weh Ja ja Bambam 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 Wenn ich ein Boss Wenn ich ein Boss nicht schaffen sollte Wenn ich ein Boss nicht schaffen sollte Werde ich definitiv Hier Powerfarmen So So Da ist noch einer Den töten wir auch noch Niemanden am Leben lassen Bambam 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 Jawohl Und wir haben alles Aufger Torah Oh noch nicht alles Hier leben noch Zwei Drei Vielleicht Und von hier aus sieht man das Gebiet Genau, das war die Stelle Die ich mal gesehen habe Und hier ist auch eine Gnade Sehr schön Jawollek Und ich überlege, ob ich durchsprinten sollte Zum Boss Flaschen Ist schon richtig so Stufenaufstieg, wie viel brauche ich denn? Okay, ich brauche ein bisschen mehr Wir gehen ein bisschen auf Glaube Das bringt rein gar nichts, aber Zack So Sollte wieder reichen Stufenaufstieg Ah, noch nicht ganz Zack Dann Stufenaufstieg Nochmal Glaube Okay Ich weiß nicht, wie weit es da hingeht Ich gucke mal kurz nach Weil ich will eigentlich jetzt schon zum Boss Und gucken, ob ich ihn schaffen kann Weil hier gibt es nichts mehr, glaube ich Goldene Rune 11, ja Ne, hier ist Endstation Wir haben dann alles entdeckt Bis auf den Boss Nice Das freut mich Dieses Gebiet haben wir sogar schnell durchgekriegt Ja Okay Das heißt Wir Gehen jetzt Und die respawnen immer, ne Hier, nice Wir Sieht schon cool aus, aber egal Wir gehen jetzt dann Ich glaube Hier war das, ne Und versuchen uns dann mit ihm zu battlen Mit Mock, schätze ich mal Weil wir haben zwar schon Mock mal besiegt, aber Ich vermute, wie in vielen Gebieten ist das nur eine Projektion gewesen Und let's go nach oben Oder nach unten, je nachdem Aber wir gehen nach oben, dachte ich mir schon So, ich glaube auch Wir sind auch an dem Mausoleum, wo ich immer gesagt habe Boah, wie geil das von hinten aussieht Weil es so nach oben ragte Ich glaube, das ist auch das Mausoleum gewesen So, ich gucke nur kurz Ja, das ist es hundertprozentig So, ich mache mich schon mal auf eine Cutscene bereit Ich bin so nervös Ich bin so nervös Ich habe mich schon mal auf eine Cutscene bereitgestellt Dearest Mikkelah, Dearest Mikkelah, Ich bin mal vorsichtig So Ich schätze mal, der macht Fürst des Blutes, der muss mal da Blutschaden machen Oh nice, getroffen direkt Nice Timing habe ich noch nicht drauf, heile Oh, wir machen auch einen Schaden Nice No, was? Heile Ich habe keiner was Nein, der zählt runter, warum zählt der runter? Zurück, zurück, zurück Was macht der? Was macht der? Oh, der Heile What the fuck? Der hat sich auch geheilt Und hat mir ultra viel schade gemacht Egal, wir schaffen den Ich glaube daran, wir schaffen den Ich glaube daran, dass wir ihn schaffen Oh, aber er ballert Der übelst rein What the fuck? Heile in heile Okay Let's go Bloody bastard Nein, alter, der ballert der übelst rein Und ich Ich muss vor dem Feuer aufpassen Nice Man, wir haben ihn Okay Oder noch nicht ganz Ich war zu vor laut Morgs große Rune Echo des Blutfürsten Und 420.000 Vielleicht kriegen wir sogar Drei Level ab Holy shit Okay Nice Wir haben ordentlich Schein gemacht Aber er dann irgendwann auch Und hat sich geheilt Insane Direkt erst mal Level ab Ich brauche aber viel, viel mehr Deswegen erst mal vieles verwenden Bam Ich brauche über 4700 Glaube ich Und dann nochmal beide benutzen Und das müsste dann für 3 Level ups Glaube ich reichen Rufenaufstieg Alles in Glaube Nice 4 Level ups sogar Nevermind Ich lüge Bam Alles in Glaube Damit wir die Sachen auch benutzen können Die wir bald haben So erstmal kurz nachgucken Da wollte ich schon sagen Weil da hatte ich nur gelbe Wände gesehen gehabt Im Kampf Ob es hier was gibt Und was steht hier Und das soll Mikella sein Schaue ich mir gleich näher an Hinten Ja no shit hinten Gut gemacht Daher Preise Nachricht Lügner voraus Gut gemacht Springen versuchen Nein Ich habe es geschafft Okay Aber guck mal Hier ist ja dann Ne Siofra Und Ah Das haben wir die ganze Zeit von hinten gesehen Das war die ganze Zeit Mock Oder Mockwin Schon geil Und da hast du die Brücke Warte ne Wo war die dann Da sind wir hingegangen Wo wir dachten Das wäre der Oder war es der überhaupt Ja doch Wo wir gedacht hätten Das wäre der NPC War aber im Ende Kein NPC Oh Schön 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 Ist es noch laut Ne Ne Alles gut Alles tutti frutti Aber ich bin so glücklich Dass wir es Soweit geschafft haben Wir nähern uns immer weiter Dem Ende des Spiels Oh Schon geil So Es werde schlafen So Und da ist mir Queller drin Oh Ich kann den nicht damit interagieren Äh Wie kommt man denn da hoch Ich würde schon gerne da hoch gehen Wie sind die Leute da hoch gekommen Man kann hier nichts mehr machen Das war es schon Ich habe das Gebiet dann also durch Okay Mehr kann man also nichts machen Okay Dann Gehen wir nochmal ganz zurück Ja ich würde auch gerne wissen Wo es dann Eater ist Aber Das würde ich jetzt Das dem würde ich jetzt nicht aktiv Versuchen Und die sind immer noch stramm Kraftes Echoes erhalten Was gibt der mir Blutsäge Und Ach stimmt Die brauchen Arcano Und ich glaube ich Idiot Ich mache die ganze Zeit Blutskills braucht Arcano Scheiße Ich sollte auf Arcano gehen Und nicht auf Glaube Egal Ich dachte die ganze Zeit Das wäre Glaube Die Blutskills Aber ich sollte auf Arcano gehen Ist aber halb zu wild So Nix Neues hier Okay Sehr schön Sehr schön Scheiße Auf Arcano Und ich gehe die ganze Zeit Auf Glaube Weil ich so dumm bin Dann machen wir gleich Alles auf Glaube Ein bisschen Auch auf Arcano Meine Güte Ruhe versuchen Haben wir nicht sogar Eine Klangperle noch Ne Wo ist der denn aber Frag ich mich Vorsicht vom Mist Ei Ei Schändisch Also die kommt Zum äußeren Graben Was meint der Beim äußeren Graben Äh Was meint der Mit äußeren Graben So kurz hier umschauen Ah Engel True Nix neues Kurz hier unten Gucken Ob die immer auch hier da ist Wenn nicht gehen wir Ins Berggebiet Ja okay Dann gehen wir Ins Berggebiet Bevor wir so viel Zeit Verschwendet Ähm Bevor ich das mache Da könnte man zwar hin Aber bevor ich dahin gehe Aha Würde ich gerne hier hin Eigentlich Wie kommt man da am besten Warte ich gehe mal hier hin Kurz Ich gehe mal kurz hier hin Sabiri So dann Zack Sabiri ist weg Oder ist Sabiri woanders Tja Sabiri ist weg Ne Leute ist jetzt da What the fuck Okay Äh Dann hier hoch Weil ich hatte eine Idee Ich habe da eine Idee Ne Die will ich auch mal austesten War mich überbruch Vielleicht Na Nice Bin oben Nein Lass mich in Ruhe Ich bin hier nur hoch Falls ich hier hoch kann Ich guck mal Ich guck mal Ich hätte gerne schon Nein Auto Weil es gibt eine Waffe Die ich haben will Und die ist halt Östlich von Also sie ist ungefähr Hier Ungefähr hier Glaube Ne Ich glaube wo ich jetzt hier ungefähr Aber ja Wir rushen jetzt hier einfach durch Wir sind ja strong So Schloss Hall Dich will ich gerne fighten Komm her Hey Oh Leute Input Buffer Frost macht der Okay Oh Leute Oh Leute Ich habe das gar nicht mehr gesehen gehabt Nice Okay der ist doch nicht so schwach Wie ich dachte Heile Und da ist der nächste Oder was Ja Schnell zurück Okay Dann müssen wir uns Eine andere Strategie ausdenken Ach du Scheiße Ja Da jetzt die Reserve aktiv ist Kann ich ja Gucken was wir machen können Da waren wir schon Genau Wollten wir gerade überlegen Was für ein Gebäude war es denn Noch mal Äh Schwichen jetzt bekämpfen Bam 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 Blutung Der nächste kommt schon Ah Fuck Junge Highland Ich hasse es Die sind so schnell Und ich kann die nicht treffen Fuck Nochmal Ich habe jetzt aber eine Rune dafür verloren Runenbogen Das ist natürlich doof Nochmal direkt Let's go Let's go What Ich wollte den Sprungangriff machen Nein 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 Highland Bam Nice Highland Der nächste ist schon da So Hab dich Hab dich Best Viel einfacher Viel besser So Meine Güte Geht mir nicht auf den Sack Jetzt kann ich mich in Ruhe umschauen Der war mir ordentlich gegeben Als ob vorborgen Also hier ist nichts Laber mich nicht von der Seite voll Große Rune 10 So Dann Gucken wir mal Da ist Neide Vorsicht Vor hoch Oh hallo Euch habe ich ja so gar nicht vermisst Ne Aber ihr seid tot Tot gefällt mir Ihr mir am besten Hey Hey So Kann ich hier schon durch Oh lol Warte Dich habe ich übersehen Und da ist sogar ein Bild Was immer noch die Bilder bringen Ich habe keine Ahnung Ist ja auch nicht so wild Gnade wäre schön Würde jetzt Würde ich jetzt echt befürworten Aber Ja Weil ich habe keinen Bock Den ganzen Weg zurück zu laufen Vorsicht Vorstelle Verbündeter Okay Oh lol Die sind unsichtbar Hey Heile Ach da schießt man mit dem Pfeil an Mein Ohr juckt So weiter Oh lol Und was gibst du mir Keine Ahnung Oh lol Was Ach der Bogenschütze Wollte ich sagen Jemand war hinter mir Schnell da hoch Was finde ich denn hier besonderes Ein Riesenritter Oh lol Bam 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 Und Dodge und Dodge und Bitte Bitte Heile Oh lol Teleportieren kann er sich auch noch Jawohl Da ist eine Gnade Ich sehe schon die Gnade Was tausende Brauli Okay Die Gnade Die Gnade Die Gnade Da hängen paar Leute ab Respekt Und das Was Und hier ist die Gnade Kann ich hier die Tür aufmachen Kann ich hier von der Saal Andere Seite jedenfalls aufmachen Nö Okay Ups Kann ich hier die andere Tür aufmachen Okay Rumpf voraus Vielleicht brauch ich eine stärkere Waffe Also eine schwerere Waffe Wer weiß Testen wir aus Okay War ne Lüge Was ist hier Hä Etwas Goldenes Und Reden Oh große Sonne Kalte Sonne Kalte Sonne Salz Ergibt dich der Finsternis Schenke Den Seelenlosen Knochenleben Okay Schottel der Eclipse Was Ist das eine Waffe So Wo ist die denn Schottel der Eclipse Ach stimmt Die hab ich noch nicht Guckt Schottel 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 der Eclipse Ich hab die wahrscheinlich Schon längst übersehen Nicht wahr Ähm Nach oben Ich schätze mal Dass das so eine kleine Waffe ist Da Glaube Die braucht Glaube Macht den Heiligen Schaden Todesfunkel Okay Na dann Kurz mich Alles wieder aufladen Yes Let's go Okay Wollte schon sagen Der greift mich an Ich denke mir so Das wäre scheiße So Gibt es hier auch Einen Boss Und wir öffnen Mal jetzt diese Tür Oder nicht Wir können hier links lang Und wir können Ein bisschen hier hin Das ist ein Item Oder das ist auch eine Leiter Die hab ich komplett übersehen Zack Dann gehen wir als erstes Zu dem Ort Wo man Schwieriger hinkommt Kurz hier nachschauen Hier geht es runter Hier geht es auch viel weiter Aber das wollen wir noch nicht Was Habt ihr das Dröhnen auch gehört Ich hab irgend so ein Dröhnen gehört Jeet Leiter runter Dann gucken wir mal Hallo Ratten Ich join euch mal So Oh hallo Ratte Jawohl Okay Okay Hier sind wir dann hingekommen Das ist schon mal praktisch Runenburger Schmeckt Und dann hoch Na Na So Ich weiß gleich gar nicht Wo hier so ein Boss sein sollte Eventuell Hier im hinteren Bereich Weil bis jetzt sehe ich noch kein Ort Wo man einen Boss bekämpfen könnte Jeet Hallo Kollege Oh Schönes Ding Lol What the fuck Was zur Hölle war das Ich hab den angegriffen Aber nichts ist passiert Alter Das war jetzt Bullshit Jetzt mal ganz ehrlich One hitten die einfach Es ist wohl wieder Zeit Radar Let's go Ob es Zeit Für den Mabeur Radar Na So Ja 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 Bam So Einmal hier Und dann die Zack Schon wieder Die Kombo Junge Ich kann nichts machen Ich kann nichts machen Ich kann nichts machen Ich kann mich nicht mehr rollen Weil ich die ganze Zeit gestackert bin What the fuck Junge Lass mich doch jedenfalls rollen Ich spamm die ganze Zeit Kreis Und nichts passiert Boah Heilige Scheiße Mein scheiß Runenbogen ist wieder gone Wo war netten die einfach Vielleicht muss ich mal wieder Ein Schild auspacken Wer weiß Wir gehen erst mal hier lang Wieder Da ist der Gegner Zack Klettern Junge Kletter doch So Aua Zack Kürzen wir einfach mal hier ab Schon wieder Junge Raste aus Dann nicht Junge Raste aus Raste aus Lass mich doch jedenfalls Oh fuck In die falsche Richtung Gewollt Nein Ich stecke fest Zack Jetzt kann ich zurück Hauen Boah Geh mir nicht auf den Sack Stirb Leu Nein Wurde getroffen Nein Hat mich getroffen Heile Uiuiui Und er fängt die Combo an Nein Endlich Boah Du kleiner Splasher Boah Warst du nervig Gut 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 Ist das ein Rumpf Ja Warte Ist das Ne Das ist die andere Seite Ich wollte schon sagen Himmels Bernstein Medaillon Was habe ich denn gerade für Medaillons Ja Nix besonderes Gut Dieser Bereich Dann alles Abgescoutet Wurde Dann gehen wir hier hin Wieder Und gehen diesmal Zur anderen Seite Und zwar Hier rein Gruppe voraus Okay Ich höre schon Hunde glaube ich Ich habe mich Haar geschreckt Leu What Ich habe andere Alter Jetzt räumen wir auf Ja Verfehlt So Meine Güte Langsam Geht Mir auf den Sack Hier So Mein Herz Macht das nicht mehr lange mit Oh 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 Nice Nice Bam Ich töte euch easy Da ich ja zum Glück ja Double Long habe Und du stirbst jetzt auch Sehr schön Und wo ist der andere da Stirb Ja ja Du gehst mir auf den Sack Ich hänge wieder fest Oh das bist du wieder Alter Alter nein Nicht das schon wieder Ich muss halt Doppel Nein Wieso ist der nicht nach vorne gesprungen Oh nein Tod Ja Mann Alter Dieses Spiel ist manchmal so scheiße Ich sehe euch schon Na kommt Kommt doch Na Nein What the fuck So Meine Fresse So Let's spawn die alle Fuck Diesmal habe ich es verfehlen My bad So Bam Nice Double Kill Mit einem Schlag So Wo ist die Scheiße Da unten Alles einmal getroffen Nein Das ist scheiße Jawohl Ich habe ihn Ich habe ihn Und tot So meine Fresse Wenn du deine Komponisten kriegst Bist du scheiße Oh Oh Dich habe ich gar nicht gesehen Highlight Stier Auf euch habe ich keine Lust mehr Oh schön Oh schön Hab dich Hab dich Oh Endlich zack ja wo bin ich diesmal mal schauen kumpfinger medizin du lebst noch aber ich gar nicht gesehen und hier ist auch eine leiter heranwachsende schmetterling ok wo sind wir hier aber bevor ich da hoch klettere direkt neben dem eingang einfach dann hier links lang ok ich glaube das ist dann schneller und einfacher hier hin zu kommen aber erst mal hier hoch klettert wo sind wir hier waren wir nicht sogar hier ich hätte schwören können dass wir hier waren aber waren wir nicht und da sind die hunde fächer deutsche ja doch wir waren hier 100 pro waren wir hier hier waren wir nicht ok hey was soll das da ist ihre ich stecke fest so was schießen ja lauf mich hola leute heilen ist doch zu langsam heilen nochmal heile oh fuck wo ist andere jetzt ist er weg leider war unsichtbar bei mir wieder lump ok und hier geht es wieder runter schmiede steine aber bevor ich runter gehe kurz nochmal nachgucken schmiede stein ob hier was war ne ok dann können wir da runter hier runter hier runter schauberer und dann hier die tür öffnen sehr schön dann gehen wir hier hin und gehen zum boss jetzt go ich hoffe das fies nicht da sehr schön die sind nur einmalig aber da hinten nichts was da hinten ist ein item glaube ich ja beinahe übersehen und schmiede stein 5 und dann den boss machen und dann würde ich sagen dass das für heute reicht weil wir haben zwei gebiete komplett abgearbeitet so da nicht da waren wir schon wir wollen ja hier lang und dann den aufzug hoch nehmen zack so let's go oh der ruft seine boys nicht wahr ich auch let's go aber nicht die großen gegner nein nicht schon wieder dieser angriff heile sehr schön der eine schon mal tot den anderen tötet nice oh der ist tanky ich muss aufpassen der hat die ganze zeit die blitze geschossen ne scheiß commander oh oh frost oi 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 der rastet ja aus bam oi commander nia alter stylischer boy wow hat den holzbein alles verfehlt alles verfehlt nice tolle alter der rastet ja komplett aus heile bam alle raste aus springen wieder hoch bam 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 nein und tot sorry commander nia du warst ein cooler gegner veteran prothese nice und 90.000 noch level up nice nice wir haben es geschafft ich war echt überlegen nicht meine imitationstrainer zu packen aber als er dann mehrere ausgepackte dachte ich mir so junge ich auch ehre stufenaufstieg dann auf arkana let's go wir brauchen mehr blutung so dann schaue ich mich kurz hier um weil hier können wir auch kurz hier nachschauen nö 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 da ist was glaube ich oder habe ich da was gesehen ne sah nur so aus so was was finde ich hier einen aufzug was erwartet mich oben ich hoffe was gutes ok hey ein alter loot flecken ok was erwarten mich ich was großes ne geheimes haligbaumeter ja links fürst mich queller verkehrt mir die sonne wurde noch nicht verschluckt unsere gebete reicht nicht aus euer kamera bleibt seelenlos jetzt werde ich ihn nie sehen eure göttlichen halig bauen halig bauen nicht baum ok jetzt mal kurz das medaillon mir anschauen im winter das war schlüssel objekte nicht wahr ich muss auch ob hier was mal besseres finden kann weil ich habe die ganze zeit das hier die hälfte und dann das hier ja das ist eigentlich auch nicht schlecht ja okay das halt dann folge glaube ich ne wenn ich beide auswählen würde aber guck mal wir haben hier beide medaillen das heißt also hat es gelohnt ihre mehrere mehrere sehr schön das heißt dass wir diesen ort abgeschlossen habe wenn ich dann sagen würde dass wir beim nächsten mal weitermachen und ich hoffe dass ich seine blut katana finde ich muss nur echt gucken wie wir da hinkommen das war ja irgendwo hier aber noch hier hoch kann mir noch nicht also schätze dass wir hier lang kommen müssen eventuell hierdurch nur muss gucken wie man da hinkommt und jade 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 naja bitte noch zeit bis zum nächsten mal ciao